Konservierung bezeichnet die Verlängerung der Haltbarkeit von Gegenständen durch eine Minderung der chemischen Alterung. Typischerweise werden Lebensmittel wie Nahrungs- und Genussmittel mithilfe von Konservierungsmitteln und Verfahren für mehr oder weniger lange Zeit konserviert. Bei Gebrauchsgegenständen umfasst die Konservierung auch eine Minderung des Verschleißes und der Korrosion. Die Konservierung verhindert oder verzögert physikalische Zersetzungsprozesse die Z.B. durch Austrocknung oder Quellung entstehen sowie chemische Zersetzungsprozesse wie Oxidation und Hydrolyse. Bei biologisch abbaubaren Stoffen erfolgt zusätzlich die Autolyse und ein Abbau durch Mikroorganismen wie Fäulnisbakterien, Schimmel und Hefepilze. Im Verlauf der Evolution werden Informationen wichtiger Merkmale durch Selektionsdruck über viele Spezies in einer Abstammungslinie konserviert, sodass die notwendigsten Genne und Proteine unverändert erhalten bleiben. Lebens- und Futtermittel Von besonders großer Bedeutung ist seit jeher die Konservierung von Lebens- und Futtermitteln. Um diese langfristig haltbar zu machen, gibt er es seit Jahrhunderten die Möglichkeit des Konservierens. Physikalische Konservierungsverfahren verändern Struktur und Geschmack, auch ein Vitamin- und Aromaverlust ist häufig nicht vermeidbar. Chemische Konservierungsverfahren bergen das Risiko des Auftretens von allergischen Reaktionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen auf den Konservierungsstoff. Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit des Verfahrens, Verträglichkeit, Unbedenklichkeit und Nährstoffverhaltung sind gegeneinander abzuwägen. Je nachdem zu konservierenden Lebens- oder Futtermittel, Kulturraum und technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten werden unterschiedliche Verfahren angewendet oder auch kombiniert. Die Zugabe wasserlöslicher Stoffe oder der Entzug von Wasser erhöhen die Osmolarität bis zur Hypertonizität, wodurch den kontaminierenden Mikroben Wasser entzogen wird. Einsalzen Einzuckern Zum Marmelade verarbeiten Kandieren Wasserentzug Durch Zugabe von Bioziden wird die Mikrobe abgetötet oder es wird mikrobielles Wachstum verhindert. Räuchern Schwefelung Kaltentkeimung Einlegen in Alkohol oder Essig Ansäuern Durch Milchsäuregärung als kontrollierte bakterielle Fermentation Denaturierende Stoffe und Verfahren Ein Entzug von Sauerstoff verhindert ein Wachstum aller auf Sauerstoff angewiesenen Mikroben, während das Wachstum von Mikroorganismen verlangsamt wird, die nicht auf Sauerstoff angewiesen sind, aber schneller damit wachsen. Daneben wird eine Oxidation der oxidationsempfindlichen Bestandteile gemindert. Tränken In Luftabschließenden Flüssigkeiten B. Die in Öl einlegten Antipasti Schutzgasatmosphäre Vakuum oder Unterdruck B. In Konserven Antioxidationsmittel wie Ascorbinsäure Da Mikroben eine optimale Wachstumstemperatur besitzen, kann deren Wachstum durch Kühlung verlangsamt werden. Kühlen bei etwa 4 Grad Celsius verlangsamt mikrobielles Wachstum B. Beim Lagern von Bier Nur psychophile Mikroben können noch wachsen. Tiefkühlen unter den Gefrierpunkt von Wasser verlangsamt mikrobielles Wachstum Nur kreophile Mikroben können noch wachsen. Die Desinfektion beschreibt die Inaktivierung der Mikroorganismen und der unbelebten Pathogene Hitzeabtötung von Krankheitserregern B. Sterilisation Einkochen Ultrahocherhitzung oder Pasteurisation mit anschließendem Luftabschluss Ultrafiltration und Mikrofiltration von Flüssigkeiten B. Bei Milch Hochdruckentkeimung Bestrahlung durch eine ionisierende Strahlenquelle Das Entfernen von Ungeziefer, von Keimträgern und Keimen verringert den Aufwand für andere Verfahren des Konservierens. 7. Sichten Filtern Mikrofiltration Ultrafiltration Sterilfiltration Diese Verfahren Diese Verfahren allein bewirken je nach Einstellung kein hinreichendes Konservieren. Eine Beschichtung erschwert den Zutritt von Mikroorganismen. Einwachsen von Früchten Z. B. Zur Fruchtlagerung von Äpfeln und Zitrusfrüchten Arzneimittel In der Pharmazie versteht man unter der Konservierung von Arzneimitteln den Schutz vor Mikrobielem Verderb und Oxidation. Solch ein Schutz ist insbesondere wichtig für die Haltbarkeit nach Anbruch. Dadurch das Öffnen der Arzneimittelverpackung und die Arzneimittelentnahme leicht Keime in das Medikament eingetragen werden. Manche Arzneimittel, insbesondere wasserhaltige, benötigen auch bereits eine Konservierung um die einwandfreie mikrobiologische Beschaffenheit über ihre gesamte Haltbarkeitszeit bis zum Verfalldatum zu erhalten. Medikamente zur Anwendung am Auge und für die parenterale Verabreichung werden durch Sterilisationsverfahren bzw. aseptische Fertigung und anschließende keimfreie Versiegelung haltbar gemacht. Eine chemische Konservierung der Arzneimittel ist in der Regel nicht nötig, vorausgesetzt sie werden bei der Anwendung aufgebraucht. Bei der Abpackung in Behältnisse für die Mehrfachentnahme ist eine Konservierung allerdings zwingend vorgeschrieben. Kosmetika und Haushaltschemikalien Kosmetika und Reinigungsmittel werden mit Bioziden versetzt wie Z, B, Isothiazolinone, Phenoxyethanol oder auch Benzoate wie Paraben. Dies ist vor allem notwendig, wenn sie einen hohen Wassergehalt und biologisch verwertbare Stoffe aufweisen. Baustoffe Bei Baustoffen finden noch weitere Verfahren Anwendung wie Z, B, das Tränkenpolser Materialien mit Kunststoffen bei Holz, Beton oder Sandstein sowie die Lackierung von Oberflächen mit Lacken oder einem Wachstum. Online-Ölförnis, Kunst und Kulturgut Im Bereich der Bildenden Kunst sowie Kulturgut im Allgemeinen steht Konservierung oder Konservation als Überbegriff für sämtliche Maßnahmen, die dazu dienen die Authentizität künstlerischer bzw. kulturhistorisch relevanter Werke unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Geschichte zu untersuchen, zu dokumentieren, zu erhalten und lesbar zu machen, ohne sie dabei irreversibel zu verändern. Die Gewährleistung von Objektsicherheit, Katastrophenverbeugung und definierter und konstanter Umgebungsklimat hinsichtlich Raumtemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Licht- und Schadstoffemissionen sowie der raumhygienischen Bedingungen stellen für Kunstwerke, ihren Transport und ihre Aufbewahrung bereits eine grundlegend wichtige Form präventiver Konservierung dar. Ziel der präventiven Konservierung ist es, Restaurierungen zu minimieren oder gar zu vermeiden. Eine präventive oder vorbeugende Konservierung besteht darin, Kunstgegenstände vor Schäden zu schützen und einen Verfall zu verhindern. Hervor zu heben sind die Steuerung des Raumklimas und der Sonnenlichteinstrahlung. Zum Erhalt von Kunstwerken ist das Einhalten dieser Bedingungen wesentlich auch während ihres Transportes, sowie während und nach der Konservierung bzw. Restaurierung. Im Dokument von Wanta sind die Richtlinien für die präventive Konservierung im Jahr 2000 festgelegt worden. Umgekehrt beinhalten fachgerechte Restaurierungen immer auch konservatorische Elemente. Kulturdenkmäler werden im öffentlichen Interesse erhalten und gepflegt, siehe Denkmalpflege. Fahrzeuge, insbesondere Oldtimer, werden häufig zum Werterhalt durch eine Beschichtung mit Wachsen konserviert, um hydrophobe Oberflächen und somit eine gewisse Unempfindlichkeit gegen Wasser zu erzeugen sowie um einen Glanz zu polieren. Leder Hauptartikel Die Lederpflege umfasst Verfahren zum Erhalt und zur Restaurierung von Leder, Leichen und Gewebekonservierung. Hauptartikel Die Konservierung menschlicher Leichen ist unter Einbalsamieren inzwischen auch als Plastination unter Verwendung von Kunststoffen bekannt. Tierkörper können dauerhaft präpariert werden durch Trocknung, Gerben der Hautteile und zoologischer Präparation nach Entfernen der wasserreichen Organteile und Ersatz der Augäpfel. Bei einer Fixierung verwendet man in der Histologie und in der Präparationstechnik auch Glucose, Glycerin, Thymol, Phenol, Formalin, Paraformaldehyde und diverse Trocknungsverfahren zur Konservierung von biologischem Gewebe. Evolution In der Genetik und der Biochemie wird unter Konservierung der Erhaltungsgrad eines Gens oder Proteins im Verlauf der Evolution, also die Ähnlichkeit und Verwandtschaft von Genen und Proteinen untereinander, verstanden. Wenn zwischen verschiedenen Spezies diese Information nahezu unverändert vorhanden ist, spricht man von einer hohen Konservierung. Daraus kann geschlossen werden, dass die Funktion des Gens oder Proteins bedeutend für das Fortbestehen der jeweiligen Art ist und ein hoher Selektionsdruck auf dessen Funktion liegt, da natürlich auftretende Mutationen in diesen Bereichen mit negativen Funktionsänderungen einhergehen können. Diese sind eventuell letal und haben somit nicht die Möglichkeit weiter vererbt zu werden. Zeitschriften Papierrestaurierung bzw. seit 2009 Journal of Paper Conservation HSG Von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Archiv-Bibliotheks- und Grafikrestauratoren erscheint viermal jährlich VDR Beiträge zur Erhaltung von Kunst und Kulturgut Die Fachzeitschrift des VDR HSG vom Verband der Restauratoren erscheint zweimal jährlich wie auch weitere Monografien zu Spezialthemen www.http-doppelpunkt-slash-slash-www.restauratoren.de Restaurofachpublikation für Restauratoren, Konservatoren und Denkmalpfleger Kalwei Verlag München ISSN 0933-4017-http-doppelpunkt-slash-slash-restauratoren.de ZKK Zeitschrift für Kunst, Technologie und Konservierung erscheint seit 1987 Zwei Hefte Werner Schäfer-Lachs-Gesellschaft ISSN 0931-7198 Restaurierung und Archäologie Konservierung, Restaurierung, Technologie, Archäometrie erscheint jährlich Band 1 erschien 2008 Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte Mainz